Hey und willkommen zu Tag 3 von Brownies Adventskalender. Ich bin Ben vom Channel Ben's B-Roll und will euch heute einen meiner absoluten Lieblingsfilme näher bringen. Das Ganze natürlich spoilerfrei und zwar geht's um Prisoners aus dem Jahr 2013 von Denis Villeneuve. Ich erzähle euch ganz kurz was über die Story, also wirklich nur ganz kurz wegen Spoilern, weil es eine Detektivgeschichte ist und ich keine Zusammenhänge und so weiter verraten will und dann erkläre ich euch, was den Film für mich so extrem gut macht. Der Film spielt zu Thanksgiving. Die Familie Dover trifft sich mit den Nachbarn, die Kinder der Familien, Anna und Joy, gehen dann raus zum Spielen und nach einiger Zeit bemerkt Keller Dover, der von Hugh Jackman gespielt wird, dann, dass die Kinder weg sind und sucht nach ihnen. Er kann sie aber nicht mehr finden und ein Wohnmobil, das vorher auch noch bei der Straße gestanden ist, auf das die Kinder auch noch raufklettern wollten, ist jetzt verschwunden. Keller schaltet dann einen von Jake Gyllenhaal gespielten Detektiv namens Loki ein, der angeblich bis jetzt jeden Fall lösen konnte, also es ist dieses klassische Detektiv-Klischee, um diesen Fall zu übernehmen. Loki und sein Team finden dann auch ziemlich schnell diesen Wohnwagen und auch einen möglichen Täter darin, der aber nicht sehr kommunikativ ist und bei Lokis Verhör alles abstreitet, da er den IQ eines Zehnjährigen hat, aber natürlich bekommt Loki irgendwie den ein oder anderen Hinweis aus ihm raus und geht der Spur nach. Währenddessen begibt sich Keller auch noch selbst auf die Suche nach den Kindern, tut sich immer wieder mit Loki zusammen und erfährt von ihm dann auch von dem möglichen Täter, für den es aber allerdings keine Beweise so weit gibt. Loki macht sich weiter auf die Suche und Keller geht der Täter nicht mehr aus dem Kopf. Viel mehr will ich spoiler-technisch mal nicht sagen, da sehr viele Plotpoints zusammenspielen und einige auch nicht, wie man vermutet, aber natürlich kommen mehr Verdächtige dazu und die Handlung verstrickt sich extrem. Deshalb sage ich euch jetzt mal lieber, was den Film für mich so genial macht. Also natürlich erstmal die Story, klar sie ist vom Hören her erstmal nichts weltbewegendes, aber es geht ja um die Umsetzung und die ist einfach genial. Dann liebe ich einfach die gesamte Ästhetik des Films. Der Film hat eine extrem gute Cinematography und zusammen mit Denis Villeneuve's Regie ist das Ganze einfach mega nice. Auch wenn Musik nur gezielt verwendet, es gibt also viele Szenen, die komplett ohne Score auskommen und das lässt den Film so extrem real wirken. Die Szenen sind so lange, wie sie sein müssen und werden nicht, wie es heute oft vorkommt, extrem zurechtgeschnitten und es bringt vor allem die emotionalen Szenen extrem gut rüber, wie zum Beispiel die Stelle, in der Kellers Frau nach der Entführung der Tochter traurig im Bett liegt. Generell werden in dem Film die Emotionen sehr hervorgehoben und vor allem Hugh Jackman spielt den verzweifelten Vater, der bereit ist, alles zu tun, um seine Tochter zurückzubekommen, unglaublich gut. Der Film hat Szenen, die so realistisch sind, dass man wirklich mitfühlt. Ich will nicht spoilern, aber es gibt wirklich, wirklich brutale Momente, die extrem unangenehm zum Anschauen waren und das meine ich positiv. Das Ganze wurde einfach so realistisch dargestellt, dass du in vielen Momenten wirklich mit den Charakteren mitfühlst, ob du den Charakter jetzt magst oder nicht. Der Film ist für mich einfach ein Masterpiece, weil so viel Gutes zusammenspielt. Die schauspielerische Leistung von Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal und, obwohl er nicht viel redet, auch Paul Dano. Und ich meine hier nicht nur das Rumgeschreie oder Rumgeheule von ein paar Charakteren, wie man es oft in diesen Best Acting Compilations sieht, sondern einfach generell die Mimik der Charaktere. Man kauft ihnen einfach in jeder Szene die gewünschte Emotionen ab. Die Cinematography ist, wie erwähnt, auch einfach wunderschön und die Farben unterstreichen immer sehr die jeweilige Stimmung der Szene und das ist was, das sehr viele Filmemacher heutzutage vergessen. Das vermisse ich bei vielen neuen Filmen. Der einzige Punkt, über den man vielleicht streiten könnte, ist das Ende des Films. Es war zwar nicht schlecht, aber sie haben irgendwie noch versucht, sowas ähnliches wie einen Sequel-Tease reinzumachen, was gar nicht so gut reingepasst hat. Aber der Film leidet nicht groß unter seinem Ende. Keine Sorge, das Ende ist trotzdem noch gut, so wie es jetzt ist. Ich hoffe mal, ich konnte euch ein bisschen heiß auf den Film machen und euch hat das Video soweit gefallen. Danke auch an Brownie, dass ich hier bei diesem Adventskalender mitmachen durfte und ich hoffe, ihr schaut bei den anderen Türchen auch noch rein. Das war es erstmal von mir. Bis dann. Ciao, ciao. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.